hallo katrin hier von maxi primus ein produkt aus der blogger box aus der boho edition ist von kms california ein anti friss gel oder eine creme creme gel und das zeige ich euch jetzt mal ich habe so ein bisschen mit friss ab und zu zu kämpfen heute jetzt nicht so doll aber ich zeige es euch trotzdem wie ich das verwende also ihr seht es ist hat eine gelartige textur duftet sehr sommerlich ein wenig nach kokos finde ich ich verrat das einfach in meinen handflächen und dann lasse ich das einfach so ein bisschen in die spitzen ich habe meine haare die drehe ich immer auf auf heiß wie glatt deswegen wählen die sich so schön ansonsten habe ich ganz glatte haare und das duftet unglaublich toll und ihr seht meine wellen hier unten kriegen ein bisschen mehr struktur dadurch und sie fliegen nicht das wird im sommer richtig toll dann sind die sehr gepflegt aus bekommen einen tollen glanz und ja wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt schaut auf meinem blog vorbei ich freue mich auf euch der link ist wieder hier unter dem video in den kommentaren ich freue mich auf euch hinterlassen wir doch mal einen kommentar was ihr noch von mir für videos sehen wollt ja bis bald so